Was ist das dritte? Warum ist das Name? Er wurde von meinem Vater zu meinem Vater zu mir. Und das macht mich der dritte. Der Großvater war also der erste, der Vater der zweite und er logischerweise dann der dritte. Also hat nichts mit Adel oder so zu tun. Und das ist dein erstes Rekord, den du hast gemacht? Als Solo-Artist, ja. Aber ich habe auch professionellisch über 13 Jahre gespielt. Ich spiele mit einer Band als Lied-Vocalist. Das ist die Baby-Brother-Band in den USA. Schon seit 13 Jahren ist er dabei und jetzt ist er bei seiner erste Solo-Platte und die ist ungeheuer erfolgreich zur Zeit in England. Die Nummer 6, Love Town. Die Nummer 6, Love Town Everybody, bring your body to Love Town Midnight Madness, Moonlight Gladness In love town, baby Out in the dark, under the stars There's a brand new horizon City full of lights Yes, it glows in the night And it's full of surprises Every doorway has a fantasy land That will shake up your mind Shining, shining, shining up your mind Neon ladies selling rooms for romance On a 12-block home Everybody, bring your body To Love Town, baby Midnight Madness Moonlight Gladness In love town Out in the streets No one ever sleeps Cause their body's on fire Up on the roof Love is 100 proof You got me going higher and higher Yeah, in every window there's a shadow or two Making love in the night Making love all night Look around you at your dreams coming true For once in your life Everybody, bring your body To Love Town Midnight Madness Moonlight Gladness In love town, baby Booker Newbury the third Ich hab's richtig rausgebracht Erst die Meiste seit in der Luft Denn er ist sehr gefragt mit seinem Hit Love Town Derzeit die Nummer 6 in England Und this Monday The water schools at